Moin Moin mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Iron Harvest und ich hatte jetzt noch mal das Kapitel von vorne angefangen ich habe gesehen man kann die Kapitel immer anwählen und so würde ich das auch fortführen dass wir ein bisschen fertig haben Cut machen und dann fange ich mit dem nächsten Kapitel an so dass wir auch dann von dem Startvideo oder von der Mission halt auch das passende Intro haben letzte mal in den letzten beiden Folgen war das ein bisschen durcheinander darum sehen wir jetzt noch mal gleich ein paar Bilder die wir letztes Mal schon gesehen haben und die eine Sache wird bestimmt auch kein Ton haben oder auch ein Vogelzwitschert okay da fehlen mir Geräusche aber ein Vogelzwitschert warum starren wir Gleise anstatt nach Kolno zu gehen die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan wir wollen auch den Bürgern helfen Hilfsgüter liefern hier was siehst du russwirtische Soldaten manche auf Patrouille ein Frachtzug Ölpumpen Eisenminen dieser Zug versorgt sonst die russwirtischen Truppen diesmal übernehmen wir ihn und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut Hoffnung wir stehlen einen Zug aus einer russwirtischen Basis so wird man zur Legende na gut das wird nicht einfach das Zugdepot ist schwer bewacht wir müssen eine Armee ausbilden ich will eine Basis genau hier und ich will Ressourcen viele also los Ressourcen viele ja schön was der alles will wie sieht der Plan aus ich höre erstmal wieder durchnummerieren müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt wie sieht der Plan aus der Plan sieht aus dass wir was bauen in den Lager bauen kann ich das drehen okay so vielleicht also man dreht indem man die linke Maustaste gedrückt hält find ich ein bisschen komisch ist aber so ja das kann man hier einsammeln ne wir brauchen Öl und Eisen oder wir nehmen Eisenminen und Ölpumpen ein um halt Ressourcen zu bekommen ja komm dann rennen du dahin wer kann das nicht einsammeln okay warte dann drei von mir aus gerne das wird nützlich sein super warum hast du es nicht mitgenommen da sucht jemand nach Ärger okay dieses Land ist wirklich wunderschön okay wir können nichts weiter bauen äh keine Soldaten bauen das war's Minen können wir machen dann packe ich Minen da mal hin oh das ist eine Erzmine scheint ungeschützt zu sein mehr können wir nicht bauen ah da ist auch was zum einsammeln und da auch überall eigentlich ne da Ölpumpe ich find's schade dass man doch so ein bisschen sieht was da ist in dem klassischen Strategiespielen ist es ja immer schwarz da muss man erkunden das ist schnell nehm die Eisenmine ein aha ja kann ich die so einnehmen na schön ja Deckung kann nie schaden was gibt's schicken sie mich in den Kampf kann ja sein dass hier gleich irgendeine Patrouille rumkommt was geht's los hier drüben sind geläschliche Polarien ja greifen die an ne komm nicht weiter okay ja Ölpumpen eingenommen habe ich ja das hier wäre eine großartige Stelle für ein paar Befestigungen die kommen los Teddybär töten ah der macht die Mauren kaputt da machen oh da fliegen sie wir werden noch ah scheiße Rückzug ich brauche Truppen noch ein paar Patrioten der Rest wird für ihren Verrat bezahlen ah scheiße ich brauche Truppen sammeln wir unsere Stärke ich meine Pioniere Verstärkungen ja ach er steht genau da wo er Verstärkungen kriegt geil oh die machen alles kaputt die wissen ja alle wo ich wohne super meine Basis ist schon im Eimer ihr heilt euch wie sieht der Plan aus du bist einfach der beste Wolfsäck müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden wir müssen einfach nur wir haben den Teddybär stimmt er heilt ja oh wir können was bauen Außenposten Sandsäcke Minen Stacheldraht Kaserne ein Bunker also ein Außenposten Bunker mit ausgezeichneter Sicht ausgelöscht sind kann es keinen Frieden geben ähm der könnte ja quasi unsere Verteidigung muss stark sein wie die Söhne Polanyas genau sie sagen was sie brauchen und wir bauen es ich will Minen vergesst nicht dass sie hier liegen ich bin ein Fan von Minen wir brauchen bessere Verteidigung kriegen wir noch ja auch noch Schützentruppen genau Grenadiere stehen neuer Sekundärziel erhalten ja wenn wir die bemannen haben wir die Flanken im Griff ja aber erst hätte ich hier gern nochmal Sandsäcke wundervoll da bis da so jede Aufgabe zählt Mine gelegt müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden Stacheldraht Vorsicht die Dinger sind spitz maximale Armeegröße du erreichst bei deiner maximale Armeegröße die Anzahl bla 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 okay Werkstätte ah sie kommen sogar aus der Richtung wie sieht der Plan aus Pioniere müsst weg alles klar gehen in Deckung lassen sie hören Zeit loszuziehen aha sieht nach einer guten Position aus da drüben haben wir Deckung wie kann ich helfen wo ist der Bär da Junge lauf weg lauf weg Junge da lang ja keine Aufgabe der polarische Schützen nicht gewachsen wäre wir müssen solide bauen polarische Leben okay sie sagen was sie brauchen und wir bauen es ihr Bau Dacheldraus ach die müssen wir ja bemannen Mensch rein rein und Sandsack hätte ich gerne geht das so da so also ich möchte dass der Gegner irgendwie zickzack läuft das heißt wir machen hier nochmal Sandsack runter dass sie so in L-Form laufen müssen das will quasi unsere Leute so dran vorbei dass sie dran vorbeigehen müssen so was gibt's die im Bunkern lassen wir das ist jetzt Nummer 6 haben die Waffen fallen lassen was gut ist die Jungs scheinen guter Dinge zu sein naja wie gut wie es eben möglich ist dann Mine macht langsam Jungs nur keine Hektik ich weiß schon gar nicht ich bin schon überfordert hier ein Gegner neue neue verteidigungsanlagen sind bereit geht in Deckung was brauchen sie Deckung ich brauche ich brauche hier noch was ganz anderes hier kann man noch überhaupt Material oder wir noch Material gucken das können wir bauen Mine fertig müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden dann hätte ich gerne noch eine Mine und zwar hier da ist einer genau da oh die kommen sie sagen was sie brauchen und wir bauen es weg 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 wir sind im Handumdrehen da okay die kommen doch nicht dann bauen wir da noch eine Vergesst nicht dass sie hier liegen ja vergessen wir es schon nicht ach das sind alles unsere Ziele Werkstatt Kaserne erbauen zwei Bunker haben wir gemacht Hervorragend primär Ziel abgeschlossen jetzt müssen wir aber irgendwie immer was machen hier machen wir nur Verteidigung hier können gleich noch so ein Ding bauen Kaserne Eisen fehlt uns wir brauchen Eisen können wir direkt daneben bauen die kommen aber nicht neue Befehle ihr positioniert euch da in die Ecke nehmt Deckungsposition ein da ist kaputte kaputte Sandsäcke hier wir hätten das gebaut ich brauche das nochmal fertig links ist ein Ölvorkommen ah ja stimmt da war die Pumpe das heißt wir kommen mit ich höre hier kommt auch mit einsatzbereit wir sind in kürze da ich brauche nur irgendwie Truppen hier zu Hause wir brauchen weitere Ressourcen was brauchen sie wir brauchen erstmal gar nix wir gehen erstmal dann mal los die haben Fettig gebraucht muss was erledigt werden alles klar geh in Entdeckung die haben auch Fettig gebraucht müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden hier ist es so gut wie woanders so dann Nummer 3 nimm das Öl Nummer 6 nimm das Öl von mir aus gerne Nummer 1 hier ist Eisen das wird nützlich sein Nummer 2 geh mal 5 Meter vor gut dann könnt ihr hier noch Stacheldraht bauen äh Stacheldraht sag ich schon hier so ne kleine Mauer ein Mauer Sandsäcke so dann machen wir das hier auch nochmal irgendwie aber ich glaube ich muss aufpassen und ich mach wir sehen sie mindestens einen oh ähm Feuer mächtig badabum macht er rauskommen 6 Attacke es kommen die nächsten alle mann Attacke schnappt schnappt euch die Granaten wie lautet der fahrer ah die sind gleich tot neue verteidigungsanlagen sind bereit wir werden alles geben ja man kommt hier nicht so schnell vor wie ich so gedacht hätte hier du kannst hier nochmal gern so ich hoffe dass man mit dem Mac da durchkommt wie könnte man unsere Sandsäcke dran bauen so wie sieht's aus äh verwundete werden versorgt die Ölpumpe ist noch da könnt ihr alle mann in diese Richtung gehen haben wir jetzt so Krach gemacht die werden ja schon alle angelockt haben oder oder links ist auch noch was was brauchen sie sammeln Eisen du kannst nicht sammeln bleib stehen Junge oh da hinten aber die greifen nicht an die sind auf äh Position und da scheint eine lange Mauer zu sein das heißt da kommen wir nicht drum herum wir müssen hier einmal aus und da ist noch was zu sammeln hier gibt's auch Mauer ne das Öl muss fließen ah ist aber eine scheiß Stelle wir können sich hier positionieren und uns runterballern wir müssen wahrscheinlich hier einmal aus ach das ist die nächste Eisenmine ja gut langer Weg kurzer Sinn so äh ja wer ist ein braver Bär ich ich habe Angst vor Feinden ihr glaubt's ja gar nicht äh hier geht's nicht sieht aber so aus ob ich da Sandsäcke ranpacken kann ne dann nicht ähm Sandsäcke wundervoll ja ich muss da so einen Gang lassen irgendwie oh wir können wir können auch dann ähm hier so ein Mac-Ding bauen oh ne das ist äh kann ich drehen wo ist denn da vorne und hinten das können wir bauen nein ach scheiße wenn ich das Werkstatt hier ne ich will's versetzen bereit für den Bau von Panzer einleiten wie sieht der Plan aus jede Aufgabe zählt kann man's nicht irgendwie ich wollte das irgendwie hübscher machen so am Rand so bleib wachsam Jungs glaubt ja nicht der Feind legt eine Pause ein ne das glaube ich auch nicht was gibt's Nummer 2 schicken sie mich in den Kampf Nummer 3 wir stehen bereit wir suchen uns Deckung wie geht's weiter wer's findet darf's behalten einsatz bereit Nummer 6 Deckung also ist Onkel Lech dein echter Onkel ja aber ich hab ihn und meinen Bruder im Krieg kaum gesehen ich kannte Janek er war ein guter Mann na vielleicht brauchen wir noch mehr Kasern-Dinger weil die Macs brauchen ja auch Platz und ich hab hier noch was zu trinken verdammt also die Mission wird auf jeden Fall länger dauern hier wird nicht in einer Folge fertig sein das sag ich euch das nenne ich meine Basis gut stellen wir eine Armee auf und holen uns den Bahnhof zurück wir brauchen dafür mehr Ressourcen worauf wartet ihr dann ja ich bin noch dabei ja ich bin noch dabei nein was macht ihr denn da zurück wo wollt ihr denn hin seid ihr bescheuert im Kopf oder was mehrere Gegner gesichtet was machen die mit meiner Eisenmine wenn sie da vorbeigehen einnehmen oder zerstören ok es wird ein frontaler Angriff sie sagen was sie brauchen und wir bauen es nehmen Deckungsposition ein da kommt auch Feine nein kann ich grad nicht zwei Kriege auf einmal führen muss was erledigt werden hier ist es so gut wie woanders los ihr Außenposten ach die schießen aus dem Bunker auch ja der greift da wohl nicht an die erste Verteidigung hier haben so Männer kommt hierher wir warten uns auf den Weg ist irgendwas kaputt oh ein Mech können wir bauen wir brauchen mehr Kasernen Straschnik macht sich kampfbereit nehmt zwei weitere also sechs Ressourcen müssen wir einnehmen ok wo sind wir denn hier wir müssten diesen Mech irgendwie in Hinterhalt legen können oh da ist auch noch was ich bin bereit die Feinde von Alia zu vernichten alles klar also ich versuche jetzt hier hin dieses einzunehmen und dann erst das andere hier die andere Eisenmine oh ist ein Hauptgott hier brauchen wir wahrscheinlich mehr Leute ein Rattenschwanz ja wo ist der denn indem du nix kaputt machst ob er selber in die Minen läuft meine Waffen sind bereit bitte nicht in die Minen laufen ja hier zu bleiben wäre sinnlos hier du hier ist den Eingang oh jetzt macht er die ganzen Mauer kaputt ey ätzend ach der ist hier erst wahrscheinlich rausgegangen was andere Leute mit den Händen aufbauen reißt der mit den Arsch ab ey Sandsäcke wundervoll neuer Rekruten nein wollte ich gar nicht machen Sammelbereich festgelegt oh Panzer oh was ist das denn Panzer Feldkanone neue Verteidigungsanlagen sind bereit Feldkanone und Panzerbrecher hm ich nehme mal zwei von denen polanische Kanoniere werden bewaffnet und dann fangen wir links an mit dem Angriff Eliminiere alle Gegner in dem Gebiet boah ja bin ich ja morgen noch dabei kann ich ihn nachts durchspielen habt ihr den Sandsack fertig wir haben Anti-Mech-Waffen mitgebracht alles klar geh in Entdeckung so Anti-Mech-Waffen an die Front sieben ein bisschen und du bist die Acht und auch du musst an die Front bestätige der Tätibär wäre hier besser glaube ich obwohl die können ja auch ich muss mir eine andere Verteidigung Verteidigungsmöglichkeit ausdenken also Schützen haben Verstärkung erhalten das ähm mit dem was ich hier gedacht habe habe ich irgendwie Scheiße gebaut oder ähm da drüben haben wir Deckung macht so keinen Sinn bisher greifen wir nicht feindliche Einheiten gesichtet da wo die kommen Grenadiere stehen bereit ich höre weiter Vorsicht boah nein die Mine nein die Mine die Mine die Beine unserer Einheiten ist ein Ramm aufgestiegen okay sieben acht holen wir gleich mal den Mech ran hier ach was soll's wir trauen uns jetzt hier scheiße nicht wenn wir die Kaserne und die Werkstatt zerstören wir brauchen Kanaten genau Alter es dauert ja bis wieder Antipanzerfahrzeuge rechts ah ah wir kriegen Verstärkung wir kriegen Verstärkung Heddybear heile alle Jetzt schicken sie aber alles. Zwei. Einheit dann durch. Rückzug. Ich will keine Leute verlieren. Ich will keine Leute verlieren. Rückzug. Los, Teddybär. Rückzug. Rückzug, Teddybär. Lauf. Alle Mannen hier hinten hin. Ich brauche euch an die Mauer. Ja, aber nicht jetzt. Ich will ja meine Leute schützen. Hier, Truppen. Hier, rankommen. Verstärkung. Hier. Er ist ja irgendwie auch alleine. Nur noch ein Einzelgänger oder was? Werde nicht verfolgt? Das war irgendwie ein Satz mit X. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen jetzt. Wir hören. Reservekanoniere melden sich zum Dienst. Lassen Sie hören. So, und wer repariert jetzt den Mech? Wie sieht der Plan aus? Ah. Wir bringen es wieder in Schuss. Ah, könnte man vielleicht... Grenadiere stehen bereit. Okay. Auf dem Weg. Seid ihr wieder einsatzbereit? Anna? Was brauchen Sie? Geh mal mit deinem Berg knudeln. Alles klar. Kanonen bereit. Auf dem Weg. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Ist auch wieder einsatzbereit. Mech wird repariert. Reparatorin abgeschlossen. Neue Befehle? Super. Nehmen Deckungsposition. Was gibt's? Versuch doch mich aufzuhalten. Wie kann ich helfen? Okay, Anna geht's auch wieder gut. Ich mach mich auf den Weg. Das sind diese Basen halt, ne? Diese Hauptquartiere. Da müssen wir drei Stück erledigen. Also einmal links und rechts und einmal... Aber wenn wir die erledigen, dann werden wahrscheinlich die Angriffe auf unsere Basis auch geringer. Boah, ey. Nix passiert in dieser Folge bisher, ne? Fünf Meter gelaufen. Bisschen Basis gebaut. Und irgendwie geht die Zeit rasend schnell rum. Es gibt nur zwei Arten von Soldaten. Die Schnellen und die Toten. Muss was erledigt werden? Ja. Wie wär's, wenn wir nochmal so eine Kaserne bauen? Ich weiß, es wird hier voll. Ist voll. Wo die Haushalt bauen? Hier liegen auch noch Ressourcen. Er baue sie in der Mitte, Mensch. Das können wir bauen. Was gibt's? Das wird helfen. Sammeln. Ich höre. So, dann gehen wir zu unserer Ausgangsposition hier hin. Ich geh besser in Deckung. Mehrere Gegner gesichtet. Ach, Scheiße. Greifen die an? Greifen bestimmt an. Zurück an die Mauer. Die greifen an. Habt ihr fertig gebaut? Nein, an die Mauer. Hier ist es so gut wie woanders. Verschniege einsatzbereit. Weiter feuern. Das ist nah genug. Na dann, hätten wir hier untergeschossen. Ja, das ist heute üblich. Die nutzen ja die Mauer, ist ja fies. Ah, das sollte gehen. Der hat ja schon fast alleine die Typen gekillt. Nein. Wieso rennen die automatisch da hin? Weil er keinen Platz hat, oder was? Kommt zur Seite. Ein Gegner aus der Welt da drüben. Scheiße. Attacke. Attacke. Scheiße, wir brauchen da hinten eine Verstärkung. Das schafft der nicht alleine. Los, Mac. Anna, du tötest die da hinten. Ja. 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 Scheiße, sieben muss wieder raus. Jetzt heißt es töten oder getötet werden. Ah, die Kaserne. Ah, die Kaserne. Hier, für Polania. Bärchen, heilt sie alle. Tötet den Wachposten. Wir verlieren hier alle Einheiten. Rückzug, 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 Rückzug. Wir haben schon Einheiten verloren, ich ahne es. Los, Anna, Teddybär. Sechs, sieben, acht ist alles rad. Teddybär, kommst du. Komm nach Hause. Kriegen wir noch so einen MG-Mack? Kriegen wir noch so einen MG-Mack haben. Oder ist der andere besser? Ein schneller Speer, der den Kampf lang entfernt hat. Ein Jammer, was der Krieg da rausgemacht hat. Wo er den Kampf angreifen kann. Nee, ich will hier den Mac. Strasnick macht sich kampfbereit. Den MG. Hier, Jungs. Repariert diesen Mac. Nummer sechs. Gruppen. Du bist Nummer neun. Nummer neun. Kommst auf diese Seite hier. Nummer sieben. Du brauchst Gruppen. Nummer sechs, du bist fertig. Und einer ist gestorben, kann das sein? Nummer drei ist tot. Tja. Ist natürlich bescheiden. Mac ist fertig. Wo seid ihr denn? Ah, ihr seid sieben. Sieben ist auch fertig. Anna ist fertig. Kanoniere bereit. Wer ist ein braver Bär? Acht ist fertig. So, jetzt haben wir... Brrrr. Aha. Du bist die drei. Wo immer du bist. Ah, ihr seid die Typen. Okay. Ihr Gutes zu uns. Geht in Deckung. Aber wir haben nur zwei Truppen frei. Kriegen wir dafür was? Nein, wir brauchen drei. Muss was erledigt werden? Nehmen Deckungsposition ein. Für unsere Brüder. Echter Beschuss. Nein. Erledigen wir sie. Dann habe ich gleich wieder Granaten. Reicht machen, anzugreifen. Echter unter Einheiten ist ein Rass aufgerufen. Habt ihr erledigt? Geht ihr sicher? Okay. Ähm, drei habe ich gesagt. Nummer drei. Nimm die Granaten wieder. Deckt euch damit ein. Und der Teddybär ist schon wieder am Heilen. Das ist super. Er hält unsere Gran... Granadiere. Ich will gleich... Ich will gleich zum Gegenangriff wieder. Nicht, dass die wieder Truppen bauen und alles da reparieren und, ähm... Wäre ein bisschen doof. Oh, das Haus ist weg. Hier war ja mal ein Haus. Cool. Sind wahrscheinlich die Mechs durchgerannt. Gut, der eine Mech ist... Der Nahkampfmech ist gegen andere Mechs. Und, äh... Und unsere Fernkampfmech ist für die Infanterie. Um die Infanterie zu binden. Und die Infanterie ist zum Sterben da. Wie immer. So. Und sechs in Deckung. Eins Attacke. Zwei. Der andere Mech ist die Nummer neun. Feuer. Sieben und acht. Feuer. Der Bär bleibt hinter den Truppen. Das ist hervorragend. Hammer kann es ein bisschen vor. Aber jetzt müssten wir sie gebrochen haben, ne? Oh, ein Mech ist noch da hinten. Ne, wir warten noch, bis wir die Mine eingenommen haben. Na, es dauert, bis er so ein Gebäude kaputt macht, aber... Äh, Anna? Ah, du bist am heilen, ne? Ne, heilst nicht mehr. Was? Ne Waffenkiste. Hm, vielleicht ne MG. Ne MG wär super. Dieses Eisen gehört Polania. Genau. War super. Ne, brauchen wir nicht. Ja, das ist ein Gegner. Ja? Vorsicht! Bin unterwegs. Okay. Ach, da hinten ist es noch irgendwie... Gucken wir da wo hin. Mit Mech wahrscheinlich. Wenigstens haben wir gute Waffen. Allein die Vorstellung, mich auf eine Pistole verlassen zu müssen. Kanonen bereit! Ja, komm. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Was brauchen Sie? Ja, Feuer. Zwei, neun, sieben, acht auf den anderen Mech. Auf den dicken Flammenwerfermengen. Vier auf Hauptquartier. Eins auf Hauptquartier. Los, der stellt sich auf da. Der Mech ist gut. Gut, Nummer zwei. Hier war doch irgendwas. Kommt man da mal hin. Und dann brauchen wir Nummer sechs. Du kannst das dann gleich alles einsam. Ist auch was. Wohnehren sich Gegner. Da. Ne, er kann sich da da hinstellen. Dann passt das. Nummer drei. Du kannst da das Öl sammeln. Das war's. Von hier kommt kein Angriff mehr. Das war's. Von hier kommt kein Angriff mehr. Gut. Dann ist der frei. Ey. Warum speichert der jetzt du? Befehle? Ja, sammeln. Wir haben den Gegner gesichtet. Okay, jetzt wird unsere Barz angegriffen. Truppen haben wir noch. Können wir noch was kaufen? Nein, haben wir nicht. Muss reichen. Wir müssen das halten. So, Habter. Bereit. Einsatz bereit. Dann das sammeln. Spare in der Zeit. Dann hast du in der Not. Könnt ihr weiter. Schicken Sie mich in den Kampf. Mechs sehen noch in Ordnung aus. Wir räumen die linke Flanke leer. Aber wir müssen noch mal nach rechts. Wir werden hier beschossen. Unsere Werkstatt wird angegriffen. Ey, lass mal in der Werkstatt in Ruhe. Ja komm, das kriegt ihr doch wohl hin da, ihr Kleinen. Wir haben den Gegner aufmerksam. So, alles aufgesammelt. Wir werden hier beschossen. Ja, weil ich da nicht rum, das schafft ihr schon. Wo können wir da... Hier ist bestimmt eine Eisen... Ja, die ist eine Eisenmine. Die ist bestimmt auch beschützt, aber erst... Ja, ich will da auch nicht rumsetzen. Ja, machen wir doch gleich. Erstmal gehe ich mit Anna gucken. Anna, sind da Feinde? Anna guckt und Anna sieht Feinde. Wir haben Gesellschaft. Wer ist ein braver Bär? Bin beschäftigt. Genau, Bär. Attacke. Fast Bär. Gegner. Scheißendreck. Die greifen unsere Basis an. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ah, das war's. Das ist denen ihre Rache. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, Pioniere. Truppen. Truppen. Ey. Ihr sollt da nicht rumlaufen. Ihr sollt hier töten. Zurück. Zurück. Pioniere sind jetzt wieder ansatzbereit. Boah, Alter. So, jetzt ist ja auch wieder alles im Kapunsch. Der zerstört alle Einheiten, dieser kleine Gorilla. Geh mir nicht durch das Stacheldraht da. Wegen dir kann ich die ganzen Mechs nicht, äh, ernten. So. Neue Befehle? Wir bringen es wieder in Schuss. Neue Rekruten? Kanonenbesatzung wird ausgehoben. Du bist einfach der beste, Wojtek. Dann lass ich ein Anti-Panzer... Kanonen bereit. ... eine Anti-Panzer-Waffe hier. Alles, wo stellen wir die nur auf? Nehmen jetzt eine bessere Position ein. Wie geht's weiter? Eine unserer Witterbahn-Einheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Mach ich sofort. Reparaturen ab. Wie sieht der Plan aus? Ja, Plan ist so, dass ich wieder hier... Ach, die... Bleiben die ein bisschen Hügel. Jede Aufgabe zählt. Mach mir Stacheldraht. Mal gucken, was so eine Feldkanone bringt. So. Oh. Ganze Zeit nur in Action hier. Will man was machen, kommt man da nicht zu. So, die kamen frontal, ne? Ich könnte also hier den Zug lang. Könnte ich ja eigentlich Mien legen. Ähm, ja. Befehle, das wird uns gute Dienste leisten. Eisen mitnehmen. Kann ich irgendwas tun? Pioniere sich auf Tadeln. Begeben uns zur neuen Position. Noch ein bisschen drehen vielleicht. Reicht. Oder... Ah, so ist besser. Will man das Geschütz? Ah, wir brauchen noch mehr Truppen. Was brauchen Sie? An die Mauer? Deckung kann nie schaden. Eins. Eine, zwei, vielleicht auch mehr. Versuch doch mich auch. Ich werde sie zu uns schlagen. Machen wir es kurz und schmerzlos. Los, Anna, töte sie. Ausgebotter, sucht jemand bei Morden. Nicht das andere, was sie kaputt machen. Gut. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Das ist nah genug. Ähm... Nummer drei ans Geschütz. Wir sagen die Ultimechanome. Haben Sie erledigt. Halten uns hier bereit. Und... Ja. Die gegnerischen Mech zerstören. Feuer. Boah, jetzt kommen sie hier wieder überall. Nicht die Eisen wie eine Kaputtmarme. Boah, was kommt denn da alles? Nummer zwei. Attacke gegen den Klammwerfer. Nummer neun. Die müssen sterben. Ja, dieser Veteran ist wieder rum. Attacke. Aber wir müssen hier zurückziehen. Das wird hier nix. Scheiße, ey. Oh, da sind ja auch noch dritten. Zurück. So, äh... Nummer sechs kannst du nochmal schnell diese Eisenmine einnehmen. Und, äh... Nummer acht. Bereit zur Zielerfassung. Feuer. Nummer neun. Anti-Infanterie. Hier, du bist gut. Feuer. Die müssen da positioniert werden, ey. Anna. Die kann ich helfen. Weiter! Unter Beschuss! Panzerbretter hält sich bereit. Haltet durch! Haltet Abstand! Okay. Huch! Alter! Äh, Bärchen! Bärchen! Bärchen, komm zurück! Wird gemacht! Oh, Bärchen, da stirbst du! Das sind ganz viele... Nein! Wo brennst du hin, du Kackbär? Ganz vorsichtig! Kommt zurück! Warum vergeude ich hier meine Zeit anstatt zu kämpfen? Ich weiß nicht, wo du bist. Du gehst mir auf die Nüsse. So. Wo ist wer? Wer ist was? Was bist du überhaupt für ein Meck hier? Ach, Lechkos. Wir versuchen den Meck nochmal zu reparieren und dann machen wir einen Rückzug. Einheiten sind verwundet. So. Wir werden angegriffen! Dann mal los! Rückzug! Ist das unsere Eisenmine? Ich weiß es nicht. Ne, ist jetzt grau markiert. Gibt's ein Ziel? Verstanden! Puh! Du bist einfach der Weg! Mein Onkel öfter solche Ideen? Du meinst Pläne, die uns entweder zu Helden machen oder uns umbringen? Ähm... Daort. Ja. Neue Befehle? Euch habe ich gesucht. Reparieren. Das haben wir in Nullkomma nichts repariert. Müssen wir nicht ganz zurücklaufen? Wir hören! Wer ist ein braver Bär? Verstanden! Genau. Bärchen. Komm mit. Wir haben hier unten unsere Truppen. Eigentlich wollte ich ja hier links rum, ne? Alles platt machen. Jetzt bin ich da irgendwie an die Nord... äh... noch nördlicher geraten. Ah... Aber ich glaube, jetzt könnten wir das andere Hauptquartier platt machen. Mehrere Gegner gesichtet! Ja, jetzt kommen auch die mehr... Mehrere Gegner. Feuer! Machen uns Feuer bereit! Werde ich gebraut? Feuer! Mehrere Gegner gesichtet! Nicht die Mine kaputt machen! Nicht die Mine! So, hier, das ist ein G-Mack, oder was das ist. Wohl, als Wappen hat er ja so ein altes Nazi-Maschinengewehr, ne? So eine Masch... MP44 oder sowas. Möhrin abgeschlossen! Ein Gegner! Und er ist nicht allein! So. Oh, der war ja beschädigt. Alles klar! Sind die Mine geratscht? Wäre schön. So! Wer schießt denn da? Ah, das ist die Feldkanone! Kanone bereit für Befehle! Das ist ja Porno. Die Feldkanone ballert aus der Entfernung. Oh, die Eisenmine grüttet niemanden. Äh, dann machen wir Feldkanone, Feldkanone, Feldkanone. Stell dich da mal so schön auf. Äh, Nummer zwei. Nummer sieben. Was brauchen Sie? Das ist ja unnötig sein. Ach, die Feldkanone kommt zu spät. Feldkanone, Feuer! Na gut. Ich wollte das gerade irgendwie taktisch machen, aber ging irgendwie nach hinten los. Alles ist wieder gut. Ja, du bleibst da. Ist meine da nach vorne und die Infanterieeinheit holt sich das. Ihr bleibt mal so ein bisschen in der Mitte. Bisschen nach vorne. Machen wir. Ach, das ist nur eine Waffe. Dann bleibt mal hier. Wir suchen uns Deckung. Nummer neun. Gehen wir Schritt nach vorne. Panzerbrecher. So, dann Nummer zwei. Und Anna nimmt die Eisenmine ein. Wow. Da hinten. Dann lassen wir mal die Feldkanone erstmal ranrücken. Genau, nämlich in diese Feuerschneise. Und dann können die das aus Entfernung schon mal schön ballern. Schön wegballern. So, Nummer zwei. Dann vielleicht packen wir mal als Deckung. Noch irgendwas zum Einsammeln übersehen. Teddybär. Genau, Teddybär. Schicken Sie mich in den Kampf. Oh ne, du bist nicht der Teddybär. Du bist ein großer Gorilla. Du bist ein großer Gorilla, der alles kaputt macht. Wie gehst du weiter? Ich geh besser in Deckung. Mehrere Gegner gesichtet. Wow. Kommen die zu unserer Mine? Ja, Musch. Der Feind versucht unsere Mine einzunehmen. Ja, was soll er machen? Wir haben jetzt hier was anderes zu tun. So. Kanone bereit für Befehle. Ist noch nicht in Feuerreichweite. Feindliche Einheit gesichtet. Boah, was ist denn jetzt los? Laufen, nehmen die jetzt alle unsere Minen ein oder was? Wir haben unsere Mine verloren. Der Feind versucht unsere Mine einzunehmen. Egal, wenn wir das Hauptquartier zerstören, ärgern wir sie mehr. Genau, Feuer. Außerdem haben wir gerade genug Ressourcen. Die holen wir uns schon wieder. Ja. Äh, geht das mal ein bisschen schneller da? Ähm... Ach, hier ins Haus geht nicht, ja? Oh, doch, hier. Machen wir, dass wir da reinkommen. Kanoniere bereit. Bringt nichts weiter hier drauf. Krieg rein, weiter links. Mach mal voll aus da. Feindliche Einheiten gesichtet. Jetzt gibt's den schönen Häuser, Kammer. Hier, auf die Wachposten. Lech. Na kam. Anna. Na kam Flech. Na kam Flech. Raus damit! Bleib in Wichung! Oh, die, äh... Basis ist... ...einfach einzunehmen. Panzerbrecher hält sich bereit. Ich reiß hier im Stücke. Kanone bereit für Befehle. Machen uns Feuer bereit. Freunde, die Ölpumpe müssen nicht zerstört werden. Die können wir selber gebrauchen. Was auch immer uns weiterhilft. So, das, äh... War jetzt gut. Du bist einfach der Beste, Leute. Die Feldkanone gefällt mir. Oh, wir werden von hinten angegriffen. Blech, wir brauchen Hilfe. Sechs. Kommt aus dem Gebäude. Raus. Und nimmt den Gegner an die Seite. Rückzug! Truppen, Rückzug! Braucht man einen Mg. Verliere gerade für alles andere. Hier, den... Er muss weg. Die müssen weg. Anna? Was machst du denn, Anna? Ölpumpe hast du auch schon. Komm. Ach, die können sich hier heilen. Feldkanone, Feuer auf die Kaserne. Ah, hier sind sie auch schon. Eine unserer Einheiten ist ein Rang aufgestiegen. Was brauchen Sie? Hm. Ich hab sie im Visier. Was immer Sie in unserem Land aufbauen, zerstören wir. Zeit, das Depot einzunehmen. Bin gleich da. Kein Stress. Kein Stress. Ich würd sagen, die Folge ging jetzt wieder lang genug. Ich mach mich auf den Weg. Genau, wir... Müssen zurück. Ärger gesichtet. Außer Nummer 8. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. 8 geht direkt ins Lager. Verstanden. Die Feldkanone geht auch zurück. Zurück. Befehl erhalten. Ja? Wir positionieren uns neu. Das sollte jeden niederstritten. Das sind wir eigentlich mit euch, Brüder. Lauf da direkt rein. Ihr klaut mir nicht alles. Wir. Immer noch. Boah, das ist ja echt nervig. Die binden meine Einheiten, die verfickten Ressourcen. Hm. Rennt doch wieder weg. Okay. Da gibt's jetzt einen Großangriff. Ja. Mech. Mech-Party. Wie geht's weiter? Weiter! Also Langeweile kommt in dem Spiel nicht auf. Los, gleich zum nächsten Mech. Okay, Nummer 6 muss auch zurück. Dann wir hören. Wir werden keine Schuhe. Ja? Aus dem Weg! Ja? Wir haben's geschafft! Wir sind hier einsatzbereit. So. Neue Befehle? Ich würd's sagen, wir machen hier erstmal für das Video einen Break. Wir müssen dann einfach die Ressourcenpunkte nochmal einnehmen, die wir haben. Und dann straight nach vorne. Ähm. Vielleicht auch nochmal ein, zwei Kasernen bauen. Äh, warte mal. Eine Feldkanone habe ich hier. Und, ähm. Ja. Vielleicht zum letzten Angriff riskieren wir alles und nehmen alles mit, was wir haben. Auch die Verteidigung. Und dann haben wir das Level geschafft. Aber nicht mehr heute. Das machen wir nächstes Mal. Wenn's euch gefallen hat, liken, kommentieren. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! So lange nicht.